Das geht doch alles so schnell. Das geht doch alles so schnell, meine Damen und Herren. Die Medienwechsel, die technische Entwicklung, das ist alles sagenhaft schnell. Videorekorder, ich kann mich noch gut erinnern, wie die eingeführt wurden, werden jetzt nicht mehr produziert. Und auch Film auf Zelluloid verschwindet. Nicht nur im Privaten, wo es keine Super 8 mehr gibt, sondern höchstens noch die Filmfunktion des Smartphones. Auch die Filmindustrie hat längst Produktion und Distribution innerhalb von wenigen Jahren auf digitale Formate umgestellt. Und wo Neues entsteht, da verschwindet das Alte. Also, Kopierwerke werden geschlossen, bestimmte Formate werden nicht mehr produziert. Und das nicht nur beim Film. Kann sich jemand von Ihnen noch an 8 Zoll Disketten erinnern? An 5,25 Zoll, an 3,5 Zoll Disketten oder an Datasetten? Und wer hat noch die Geräte, um diese Datenträger auszulesen? Formate verschwanden und Formate verschwinden. Im Analogen ist es nicht anders. Auch wenn sich bei der Musik die Schallplatte als ziemlich langlebig erwiesen hat und es auch heute noch Aufnahmen auf Vinyls gibt, Schellackplatten werden nicht mehr produziert. Ja, das stimmt, das geht schnell. Das geht alles sehr schnell. Aber es stimmt eben auch, das geht doch alles so langsam. Nur sehr langsam werden in Institutionen die Strukturen und Arbeitsabläufe umgestellt. Gerade auch bei Museen, Archiven und Bibliotheken. Beständigkeit und Verlässlichkeit, das sind Werte, die in solchen Institutionen eine wichtige Rolle spielen und die sie immunisieren gegen schnelllebige Modetrends. Und das ist auch gut so. Aber eine Folge ist eben auch, dass Veränderungen länger dauern, als sie es wünschenswert. Und auch als dies notwendig ist, denn Digitalisierung ist halt kein Modetrend. Es geht so langsam, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der digitalen Welt angepasst werden. Immer noch gibt es in Deutschland keine verlässliche Grundlage für Massendigitalisierung vom kulturellen Erbe. Obwohl seit langem klar ist, dass man den urheberrechtlichen Status von Werken nicht von jedem einzelnen Objekt klären kann. Wir haben das im letzten Jahr in der Hamburger Note auch sehr deutlich gemacht. Immer noch sind in Deutschland Bestimmungen, die Archive, Bibliotheken und Museen im Urheberrecht privilegieren, davon abhängig, dass ein Werkstück, ein Objekt vorliegt. Und digitale Formate, Web-Parse-Servisting, all diese Dinge sind auf dieser Grundlage eigentlich gar nicht möglich. Es stimmt eben beides. Es geht so schnell und es geht so langsam. Und es ist diese Ungleichzeitigkeit der Geschwindigkeiten, die für die nachhaltige Sicherung des kulturellen Erbes so gefährlich ist. Eine Ungleichzeitigkeit, die sich auch in den Institutionen zeigt. Da gibt es einige, die entwickeln Strategien zur digitalen Langzeitarchivierung, setzen die auch um, machen viel Arbeit mit Rechenzentren zusammen. Und dann gibt es andere Häuser, gerade kleine. Da denken Mitarbeiter, wenn sie eine DVD brennen, dann wäre das genug an Sicherung. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass technische Umbrüche immer dazu geführt haben, dass kulturelles Erbe verloren ging. Das gilt für die ersten Radiosendungen, für die ersten Filme, für die ersten Fernsehsendungen. Aber verglichen mit dem, was mit diesem schillernden Begriff der Digitalisierung beschrieben wird, waren diese technischen Entwicklungen immer von sehr begrenzter Auswirkung. Digitaltechnik dagegen, das betrifft alle Lebensbereiche. Und kulturelles Erbe auf digitalen Medien ist fragil. Ich denke, das ist wichtig. Es bedarf eines aktiven Handelns, damit digitale Medien erhalten bleiben. Also ein Brief zum Beispiel, um das an einem ganz alltäglichen Beispiel zu illustrieren, ein Brief, der bleibt erhalten, wenn man ihn nicht zerstört, wenn man ihn nicht verbrennt oder sonst etwas damit macht. Eine E-Mail nicht. Bei einer E-Mail muss man aktiv handeln, damit die auch in 10, auch in 20, auch in 50 oder 100, Jahren noch gelesen werden kann. Beim Verhältnis eines Buches zu einer Webpublikation ist das ähnlich. Zitate aus Webresourcen lassen sich oft nach kurzer Zeit schon nicht mehr nachvollziehen, weil angegebene Links tot sind. Wird aus Büchern zitiert, so gibt es Bibliotheken, wo man diese Bücher finden kann. Doch wer archiviert das Internet? Das ist eine Frage, bei der wir auf dieser Konferenz diskutieren werden. Wer ist für die Archivierung zuständig? Was wird überhaupt archiviert? Und wer bestimmt die Auswahl? Und noch eine Frage, wo wird überhaupt archiviert? Können und sollen wir uns darauf verlassen, dass das in den USA schon irgendwie gemacht wird, nur weil wir in Europa es nicht schaffen, die dafür notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen? Es ist wichtig, dass wir angesichts dieser schnellen Entwicklung innehalten, uns unsere Aufgaben, Ziele und unser Selbstverständnis vergewissern und klar benennen, was jetzt getan werden muss. Was sind die organisatorischen, was sind die technischen Voraussetzungen für Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielen Standards? Wie wirkt sich die Kurzatmigkeit von Projektfinanzierung aus, wenn es darum geht, langfristige, nachhaltige Strukturen zu etablieren? Und das ist eine Frage, die ich an die Kulturpolitiker, an die Verantwortlichen für öffentliche Finanzierung richte. Merken Sie eigentlich, dass es ein Widerspruch ist, digitale Langzeitarchivierung in zeitlich befristeten Projekten zu fördern? Dass man eine deutsche digitale Bibliothek nicht aufbauen kann, wenn man deren Finanzierung Jahr und Jahr infrage gestellt und neu begründet werden muss? Können oder gar sollen Gedächtnisinstitutionen in Zeiten der ubiquären Verfügbarkeit weiter um Kontrolle kämpfen? Kontrolle darüber, wer und zu welchem Zweck kulturelles Erbe nutzen kann? Oder sollen Sie umgekehrt Digitalisierung als Chance dafür begreifen, dass kulturelles Erbe möglichst ganz weitgehend in die Gesellschaft zurückwirken kann? Sollen Sie, um das an einem Beispiel klarzumachen, Wikimedia verklagen, wie es das Reiß-Engholz-Museum getan hat? Oder sollen Sie mit Wikimedia zusammenarbeiten, wie das die meisten Institutionen machen, die hier diese Konferenz tragen? Und auch Wikimedia gehört ja dazu. Diese 12 Institutionen, wir haben sie hier zusammengefasst, die diese Konferenz veranstalten, bilden ein ganz breites Fundament für den notwendigen Diskurs über diese Fragen. Nur weil Sie alle dazu beigetragen haben, kann diese Konferenz überhaupt stattfinden. Ich bin auch sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung und natürlich einen besonderen Dank an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, deren Gast wir nun schon zum zweiten Mal sind und an den Hamburger Bahnhof. Dankbar bin ich auch für die Förderung durch das Land Berlin. Und mein Dank gilt auch Google Deutschland diese Konferenz immerhin schon zum sechsten Mal fördern. Doch nun, nun lassen Sie uns beginnen, denn der technische Fortschritt, der wartet nicht. Und das kulturelle Erbe, das braucht uns. Vielen Dank. Vielen Dank.